die firma switch easy hat ein neues case und das nennt sich canvas für das neue ipad und für das ipad 2 so ein kombi modell und es kommt in dieser nicht so schönen braunen farbe wie ich finde es gibt allerdings fünf verschiedene farben aus denen man wählen kann die anderen mögen vielleicht besser gefallen hat in so einen stoff bezug lässt sich aufstellen wie man gesehen hat so ein kleiner klettverschluss löst das ipad nicht wirklich von der rückseite aber führt dann zu einer standposition im breitbild format ist sehr stabil und das ist fast eine untertreibung ideal zu verwenden auf irgendwie couch bett wenn das irgendwo aufzustellen ist um irgendwie nebenbei filme laufen zu lassen oder auch am schreibtisch um irgendwie also die nachrichten zu schauen was mir überhaupt nicht gefällt ist das nicht mitgedacht wurde was das camera connection kit beispielsweise angeht wenn das ipad in dieser plastik schale untergebracht ist passt es nicht stromstecker passen natürlich trotzdem das hätte man cleverer lösen können das ganze case ist massiv wie man schon sieht macht das gerät nicht dünner aber bietet natürlich mehr schutz hat sich ein bisschen eingeschlichen in meinen alltag wenn ich auf der couch sitze dann lässt sich das sehr gut darin aufstellen dass das switch easy canvas case für circa 40 bis 50 euro